Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Pokémon, die letzte Retro-Pokémon, die blaue Edition. Wir waren hier auf Route 12 beim Angeln und dann machen wir auch heute weiter. Wie gesagt, beim letzten Mal kommen die ganzen Angelfolgen. Und da hat sogar schon was angebissen. Ein Tintacher. Ja, das kann Vulpix besiegen. Oh, nehmen wir Glut. Miss. Ich dachte, Glut würde auch das den Tintacher besiegen. Dass der Level-Unterschied groß genug wäre. Dick da. Machen wir einmal Heuler. Ach nein, nein, in der roten Edition habe ich Dick da dabei gehabt. Und Dick hat das, glaube ich, sofort besiegt. Mit Schaufler. Ach, keine Ahnung. Kratzer. Naja. Dann muss Vulpix halt ein bisschen warten. So, äh, nein. Hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube sogar, dass Vulpix sich nur noch einen Feuerstein entwickelt. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Genauso wie Fulcano bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher. Ähm. Aber da schaue ich dann einfach beim nächsten Mal nach. Denn wenn es so ist, dann würde ich das sowieso, oh, Vulpix und Fulcano sowieso so lange leveln. Äh, bis sie alle Attacken gelernt haben. Äh, bis sie alle Attacken gelernt haben. Und wenn es, oh mein Mann, der kann ja blubber. Da hätte ich vielleicht Schaufler machen sollen. Ja, machen wir. Ähm, auf jeden Fall, dann würde ich sowieso bis sie alle Attacken gelernt haben leveln. Und wenn, naja, eigentlich ist es egal. Bis zum nächsten Mal schaue ich dann halt nach und fertig. Ich habe übrigens mal nachgesehen, es gibt tatsächlich keine Wasser-Pokémon mehr, die nur in einer Edition sind. Es gibt auch vier Pokémon, die es jeweils nur in einer Edition gibt. Jeweils zwei Editionen. Und zwar ist, sind das einmal Sichler und Pinsir, zwei Käfer-Pokémon, die man in der Safari-Zone bekommt. Und, ähm, einmal Elektic und Magma, ein Elektro- und ein Feuer-Pokémon, die man aber erst bekommt, nachdem man Surfer gelernt hat. Dauert also, äh, dauert also noch ein bisschen, bis wir die bekommen. Und, äh, solange würde ich dann gerne noch warten mit den Tauschfolgen. Bis wir zumindest welche, einmal welche zum Tauschen haben. Da gibt das Tantache Level 5 mehr Erfahrungspunkte als das Carportal Level 15. Das ist schon irgendwie heftig. Muss ich schon mal sagen. Nicht mal ein alter Stiefel. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Und hier? Nein. Gut, dann machen wir jetzt hier links weiter. Sind eh nur zweimal. Und dann haben wir nämlich den, äh, den Steg hier nach oben fertig. Dann geht's mit dem Steg nach links weiter. Wieder ein Tantache. Dann mach ich jetzt aber einfach nur einen Kratzer. Sehr schön. So, super Angel. Nichts. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Und da haben wir wieder was. Ein Carporor. So, Heula. Und dann Kratzer. Okay, das dauert ein bisschen länger. Boah, der macht einen Volltreffer. Das ist doch fies. Aber wir auch. Ich mag die Musik irgendwie. Nicht mein alter Stiefel. Geht doch schnell voran, oder Leute? Ah, hier hat wieder was angebissen. Es gibt noch ein Pokémon, das man laut Poké-Wiki hier fangen kann auf Route 12, das wir noch nicht gefangen haben. In beiden Editionen haben wir das noch nicht gefangen. Da bin ich gespannt, wann wir es angeln werden. Ansonsten angeln wir es halt irgendwann mal an einer anderen Stelle. So, wie sieht's? Nein, nicht Pokédex. Wie sieht's hier aus? Nichts. Das macht aber nichts. Dann geht's nämlich hier weiter. Ja, hier gibt's wieder was. Ein Goldini hatten wir heute noch nicht. Ah. Da ist es ja schon. Schaufler. Und weg. Dickter Reichler mit 23. Hurra. So, wie sieht das eigentlich mit den Leveln aus? Ach, die sind ja eh schon 35, 36, 37. Das sieht ja sehr gut aus. Pummeluf hat sogar schon Level 35. Pummeluf braucht nur noch, ich glaub, 4 Level oder 5 Level. Dann könnten wir es entwickeln. Also Pummeluf ist auch bald so weit. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wenn Pummeluf dann alle attacken kann und entwickelt ist, dann könnten wir es sogar in die Pension stecken. Das wäre mir vollkommen egal. Bis es dann Level 100 hat. Das wäre doch toll, oder? Dann hätten wir Pummeluf schneller auf Level 100. Das wäre dann wahrscheinlich sogar unser erstes auf Level 100. Denn ich glaube, es würde in der Pension schneller Level 100 erreichen als Turtok durch unser Training, hier durch unsere Kämpfe. Aber naja. Das werden wir dann noch herausfinden. So, jetzt geht es hier weiter nach oben. Ah, ich merke gerade, dass Blöde ist an der Stelle, wo der Trainer ist. Können wir jetzt gar nicht mehr angeln. Das hätten wir nur gekonnt direkt nach dem Kampf mit ihm. Naja, Pech gehabt. Heula! Ich glaube, ich möchte ich möchte die ganze Zeit Heule machen, bis er bis er mal Tackle macht, tatsächlich. Oder bis es nicht mehr geht. Und dann machen wir ihn mit Kratzer fertig. Da, jetzt hat er Tackle gemacht. Jetzt nehmen wir ihn für einen Volltaffer und greifen ihn an. Aber warum machen die Carpadore dauernd Volltreffer mit ihrem Tackle? Ja gut, wir aber auch irgendwie. Mit jetzt erst einmal ein Volltreffer, so ungefähr. Von zwei Tacken gegen die Carpadore. Nicht mein alter Stiefel. Na sowas aber auch. Wenigstens ein alter Stiefel hätte es sein können. Und da haben wir ein Goldini. Das wird wieder mit Schaufler besiegt. Geschafft. Ich weiß jetzt gar nicht, was mehr Erfahrungspunkte gibt. Ein Goldini oder ein Krabi. Müssten wir mal nachsehen und uns eventuell merken. Vielleicht kommt er jetzt ein Krabi. Ich habe mir die 119 von Goldini gemerkt. Und die 19 pro ähm, pro P-Teiler. Aber das ist nur ein Carpator. Schade. Heula! Da ist schon der Tackle. Und es war mal kein Volltreffer. Aber von uns auch nicht. Nein! Und es kommt eins. So, ein Krabi wäre nicht. Ein Carpator. Mal wieder. Heula! Da ist der Tackle. Noch einer. Aber Dick, der schafft das. Super. Dann hier weiter. Danach machen wir, wenn wir den Steg entlang fertig sind, machen wir dann noch dieses, um dieses Viereck rum. Da. Und dann sehen wir weiter nach oben. Tentacher. Das ist ein einfacher Gegner für dich, Dickter. In der roten Edition hat sich übrigens auch noch kein Pokémon durch den IP-Teiler entwickelt. Aber ich bin gespannt, wann es das erste Mal passieren wird. Ah, da ist er, das Krabi. Mach es fertig, Dickter. Es hat überlebt. Aber jetzt. Dickter. So, 120. Es sind tatsächlich drei Erfahrungspunkte mehr, aber durch den IP-Teiler gleich viel. Aber ein Krabi ist tatsächlich mehr wert. Also wäre es eigentlich am besten, wenn immer nur Krabis kommen würden. Aber am meisten kommt irgendwie Carpadore. Oder mal ein Goldini. Und Tentacher. Oder auch mal nichts. Goldinis und Krabis sind heute irgendwie selten. Das waren jetzt gerade sogar nur 117. Habe ich das eventuell im Kopf mit 119 vertauscht? Dann wären, sind Krabi sogar fünf Erfahrungspunkte besser. Also Mehrwert. Fangen wir hier an. Und dann einmal rundherum. Ein Tentacher. So, Dickter hat bestimmt auch bald Level 24 erreicht, wenn das so weitergeht. Vielleicht noch in dieser Folge. Ah, wieder ein Krabi. Ah, wieder ein Krabi. Vorher wohl eine etwas stärkere Sorte. Oder hat er entsprechend andere Statuswerte. Jetzt kommen aber viele Pokémon. Dafür vor öfters mal Stiefel. Jetzt so viel mehr Pokémon. Okay, geschafft. Dann hier weiter. Ah, jetzt wieder ein Stiefel. So, was haben wir hier? Und wieder kein Level-Aufstieg. Aber der kommt noch. So, das Schöne ist, jetzt sind wir dann auch hier an diesem Punkt bald vorbei. Das heißt, wir sind wieder näher nach oben gekommen. Denn ich glaube, jetzt haben wir noch ungefähr den halben Weg geschafft. Nach Lavendier. So ungefähr, glaube ich. Und besiegt. So, jetzt sind wir hier auch einmal rum. Ich möchte jetzt erst noch mal hier kurz die beiden angeln. Und dann den Steg da nach rechts und dann den Steg nach oben. Ich glaube, da oben kommt sogar schon das Haus, wo wir die Angel bekommen haben. Ein Krabi. Ja, nur noch zwei Schaufler jetzt dann. Da müssen wir ein bisschen härter kämpfen. Ein Volltreffer, geil. So, angeln wir von unten erst mal. Von unten nach rechts, dann nach oben, dann nach links und dann geht's weiter nach oben. Oh, hier scheint es nicht viele Pokémon zu geben. Wirklich nicht viele. So, Leute. Ich glaube, hier mache ich jetzt auch Schluss. Die Folge ist aus. Wir sehen uns dann morgen wieder in der roten Edition oder übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao. Ciao.